Hallo meine lieben Freizeit-Strategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Warhammer 40.000 Gladius Relics of War. Wir sind immer noch ganz gut dabei und jetzt starte ich hier mal einen Angriff im Nahkampf auf diese Rothunde oder Crude-Hunde. Das dürfte denen echt wehtun. Ja, habt ihr gesehen, die sind raus. Gab ja auch nochmal gut XP für unsere Einheiten. Dieser Kollege hier. Oh, das ist ein Ruin des War, die ist noch nicht erkundet. Dann erkunden wir sie doch mal. Sehr gut, jetzt sind sie erkundet. Jetzt haben wir plus 49 Einfluss gewonnen. Das sind die Dinger, die man haben will, Leute. Wir haben tatsächlich jetzt Einfluss und können uns jetzt hier demnächst was einverleiben. Das hier ist übrigens eine Weide, da dürfte nichts passieren. Wir würden dadurch, wenn wir das hier bekommen, einfach nur unglaublich viele Bedarfsgüter hier dadurch jetzt hier gewinnen. Allerdings nicht nur, weil wir da draufstehen. Würde mich zumindest wundern. Nein. So, jetzt können wir endlich einen Helden bauen. Und wir sollen ja einen Librarian produzieren und das machen wir jetzt auch gleich. Heldeneinheit mit vielseitig einsetzbaren psionischen Kräften. In neun Runden ist sie bereit ausgezeichnet. So, dann Benachrichtigung löschen und Zug beenden. Oh Gott, jetzt kommen die schon wieder, die Typen. Ich hasse es. Bei mir fährt übrigens gerade eben die Polizei vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich glaube, ihr habt es gehört, aber auch egal. So, die sind immer noch hier dabei, sich zu regenerieren. Jetzt muss ich halt hier das Heilen abbrechen und denen zeigen, was ich davon halte, dass sie auf mich geschossen haben. Ihr seht, das überstehen die sogar relativ gut. Das ist mal eine eigene Überraschung. Aber die sind auch keine besonders guten Fernkämpfer, davon auch nicht vergessen. Halt, halt. Na, na, na. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen tricky im Spiel. So, jetzt gehen wir da hin, um dann hier anzugreifen im Nahkampf. Macht's ja alle. So, erledigt. Gibt wieder einiges in XP. Gibt's auch irgendwo ein Level-Up? Nein, gibt's nicht. Okay, die können sich hier fröhlich weiterheilen. Wir haben noch vier Einheiten, die wir befehligen können. Der ist sogar gesund. Das hier... Das Interessante ist, dass das jetzt hier irgendwie gelb geworden ist, ne? Heißt das jetzt, dass ich das doch besitze? Das Spiel ist da halt manchmal leider ein bisschen undurchschaubar. Muss man halt sagen, ne? So, also auf jeden Fall, wahrscheinlich wird das jetzt dann wieder anders, sobald ich wieder runtergehe. Nehme ich mal an. Ich geh mal runter. Nö, bleibt so. Ich hab keine Ahnung, ob das jetzt uns irgendwas bringt. Gebe ich offen und ehrlich zu. Das Spiel spart manchmal dann schon so ein bisschen mit den Informationen. So. Aber ich geh davon aus, dass es uns was bringt. Denn ihr seht jetzt hier, weil wir hier die plus 25% hier überall haben. Was gelb ist, gehört wohl uns. Also nehme ich mal an, dass uns auch diese Crocsweide jetzt gehört, indem wir einfach draufgelaufen sind. Diese Tiere wissen jetzt halt einfach, dass sie uns gehören. Die haben ein Brandzeichen gekriegt. Oder so. So tue ich mir das zumindest jetzt hier gerade eben rechtfertigen. Ähm, wir müssen hier nochmal ein bisschen regenerieren. 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 Die müssen nicht regenerieren. Das hier gehört jetzt übrigens auch schon uns, weil wir draufgelaufen sind. Was ich sehr cool finde. Ähm. Müssen weiterhin beobachten, was jetzt der Gegner hier so treibt. Gibt es noch mehr, was ich erobern kann? Kann ich da hingehen? Oh ja, kann ich. Und da ist nochmal so ein Feld. Wie geil. So. Hier habe ich zwölf. Ich rück da mal vor. Das sind immer noch unsere. Ich hätte eigentlich auch mal hier hochgehen können, ne. Hätte ich vielleicht auch mal was gesehen. Das Coole ist halt, dass der Gegner halt wirklich nur in diese Richtung kommen kann. Also egal, wann der kommt. Ich bemerke es vorher rechtzeitig. Indem man dann hier durch diese Engstelle muss. Produktion auswählen. Wir können nochmal. Ach komm, wir machen nochmal einen Assault Squad. Die finde ich sehr, sehr gut. Die taugen im Nahkampf richtig was. Devastator Squad. Oh, ich werde das abbrechen. Über das Schlachtfeld halt das unbändige Getöse schwerer Waffen, wenn die Devastoren das Feuer eröffnen. Ganz gleich, wie geartet das Ziel auch sein mag und wie gut die Chancen stehen. Ein Devastator Squad verfügt über genügend Feuerkraft, um seine Gegner in kürzester Zeit auszulöschen. Selbst imposante Kriegsmaschinen können sich nicht gegen diese tödlich präzisen Unterstützungstruppen behaupten und erschaudernd im Geschoss halten. Hagelt des Devastators. Ja, den bauen wir doch gleich mal glatt. Ich breche dafür jetzt quasi das hier ab. Hier haben wir jetzt hier die Möglichkeit, eine Devastator-Truppe hier zu produzieren. Der dauert zwölf Runden. Und ich hoffe, dass wir dadurch dann den Ananke hier in den Griff bekommen. So, jetzt holen wir uns das hier noch. 75, ändert sich da was? Ne, das Lustige ist, man sieht, es ändert sich nichts da oben. Ich hätte erwartet, dass sich hier was ändert bei dem Plus 25. Also anscheinend gehört es uns doch nicht. Man sollte ja meinen, dass sich dadurch irgendetwas ändert, aber... Scheint ein Trugschluss zu sein. Oh nein, oh nein, oh nein. Diese Viecher sind richtig böse. Die Psychne, die Psychne sind richtige Herzchen. Nicht. Also mit denen wollt ihr eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber wir werden was mit ihnen zu tun bekommen. So, die Devastator haben jetzt auf jeden Fall geforscht. Landspeeder wären die Möglichkeit, Melterbombe. Dann ermöglicht es, Tackling Marines eine Melterbombe einzusetzen, die äußert effektiv gegen schwere Fahrzeugeinheiten ist. Orbitalschlag, Operation zur Bombardierung eines Zielhexfelds, Orbitalschlag, L.A., ein Gebäude für die Errichtung neuer Gebäude. Was? Predator. Ah, sehr gut. Kampfpanzereinheit. Ich hätte gerne einen Kampfpanzer. Den hätte ich sehr, sehr gerne. Oh Gott. Mit denen will ich ja echt nichts zu tun haben. Also die sind wirklich gefährlich. Vor allem, meistens ist es nicht nur eine. Man sieht eine und dann kommen zehn von diesen Einheiten. Und glaub mir, die sind noch schlimmer. Also viel schlimmer als diese Hunde. Unfassbar viel schlimmer als diese Hunde. So, ähm, was will ich denn jetzt hier machen? Ich würde mal sagen, mal hier hochgehen. Ich will den Feind hier komplett umzingeln. So. Nachrichtung löschen. Zug beenden. Zuggerkai. Es kait immer noch gar sehr. Ja, da kommen sie her. Geht weg. Oh Gott, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst, dass das einfach... Oh Gott, das sind gleich die blöden, hässlichen Riesen... Nein. Katarhanische Teufel. Ja, ich... Ich hab's euch doch gesagt, dass das schlecht ist. Oh, das sind riesige, tausendfüßler, skorpionartige Monster. Ihr habt gesehen, was da grad passiert ist. Es ist nicht cool. Kein bisschen ist das das. Äh... Und ihr seht, wir haben jetzt hier auch, äh, durch Geländeelemente nichts dazu gewonnen. Also, so wie es aussieht, bringt das uns nichts. Die gehören uns zwar, aber wir haben dadurch nichts. Wahrscheinlich brauchen wir dann doch wirklich diese Festungen, um daraus mehr zu machen. Daher, da oben jetzt hier diese kleinen Heslons sind, ziehen wir uns dann doch lieber nochmal zurück und, äh, freuen uns unseres Lebens, dass wir es noch haben. Ähm, Ausweichmanöver mache ich jetzt nicht. Ihr seht, die können hier sozusagen Fernkampfschadensreduktion verbessern. Das lassen wir jetzt mal an der Stelle. Ich will jetzt hier mit meinen Einheiten weiterfahren. Ich hab immer noch keine Ahnung, warum hier dieses OA steht. Ich glaube, das ist ein Fehler von den Entwicklern. Äh, wir können hier weiterhin Gebäude produzieren. Das Assimilarium. Ich brauche mehr Assimilarien. Äh, ja. Ich will hier noch ein weiteres Assimilarium einbauen. Wir brauchen nämlich mehr Einfluss. Wir brauchen sehr viel mehr Einfluss. Zu beenden. Zug der KI. Oh, bitte bleib... Nein! Nein! Das war das... Ähm... Hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä. Wir haben in ein Hornüssenest gestochen, äh, und wir werden das jetzt bereuen. Okay, Leute, wir müssen jetzt unsere Kampfkraft für diese unglaublich hässlichen, miesen, kleinen Insekten hier sammeln. Die reißen uns nämlich ansonsten quasi wirklich den Po bis zum Stehkragen auf. Okay, alle hier mal zusammenkommen, Jungs. Versammlung, wir haben ein Problem und keiner hat eine Lösung. Ähm, erstmal heilen. Ähm, die Einheit soll hier auch noch hoch. So. Zug beenden. Der wird sowas von hier rüberkommen. Ey, wenn der nicht rüberkommt, dann weiß ich auch nicht. Dann hat der irgendwie was nicht begriffen. Äh, wir könnten jetzt hier das hier machen. Ist zwar teuer, aber ich will wissen, wo der ist. Der ist immer noch hier. Okay, ich komme nicht nahe genug ran, um drauf zu schießen. Wir machen das folgendermaßen. Wie gesagt, wir müssen den besiegen. Sonst wird der uns nämlich... Der bleibt ein Problem. Der bleibt ein richtiges Problem. Und ich will dieses Problem gelöst haben. Vorrücken. Vorrücken. Der regeneriert hier nochmal ein bisschen. Und jetzt haben wir nochmal eine Einheit Mopps. So. Weiterbauen. Dann... Ja, kann ich momentan nicht weitermachen. Stadt verlassen, Benachrichtigungen löschen. Beobachten, wie wir jetzt wieder eine Einheit verlieren. Ne, doch nicht. Ah, doch, jetzt kommt er angelaufen. Was geht mit dem? Okay, die haben Panzer. Sie haben Panzer. Und sie sind zu zweit. Och, nö. Das finde ich aber gar nicht gut. Es sind zwei. Das habe ich irgendwie nicht erwartet. So, erst mal machen wir jetzt einen weg. Weil, wenn einer weg ist, dann kann nur noch einer uns da einhalten. So, 1,4. Ja, zum Glück hält der ja viel aus. Das war jetzt gerade ein Fehler, wie ich gelaufen bin. Oh, ich hasse mein Leben. Ähm. Ja, dann gehe ich halt da rein. Hole mir jetzt halt hier Schaden ab. Aber töte ihn wenigstens. Ich kann ihn nicht da drüben töten. Oh, nein. Ich kann durch diese Ruinen nicht durchschießen. Das war natürlich jetzt der Double Fail. Aber ich kann auf hier aus noch draufschießen. Yes. Ihr kleinen Scout Bikes. Ich finde euch so toll. Macht ihn tot. Sie machen ihn nicht tot. Oh Gott. Und das war unsere Armee, meine lieben Freunde. Ja, jetzt bekommen wir noch Schaden durch dieses blöde Stahlkraut. Ah, das ist doch nicht wahr. 7,5. Ihr seht, was da los ist, ne? Der lebt überhaupt nur noch deswegen, weil er noch nicht gemerkt hat, dass er tot ist. Oh, oh. Jetzt hat er's gemerkt. Okay. Die haben einen Stufenaufstieg. Was interessiert mich das? Jetzt machen wir erstmal den hier platt. Wir machen hier sehr viel Schaden an ihn im Nahkampf. Der kann sich auch nicht wirklich wehren. So, und jetzt wird's Zeit, dass wir hier aus dieser blöden Lage rausgehen, in der wir uns hier selber gebracht haben. Feuern auf den hier. So, feuern auf den hier. Der lebt ja immer noch. Vorgehen. Auf den hier feuern. Na, endlich. Ich weiß es nicht. Flixp gab das 3,7. Also das haut richtig rein, ne? Das haut richtig rein, ist hier gerade eben. Und das gehen wir an den hier in den Nahkampf ran. Dann dürften die eigentlich auch gerade in diesen Erfahrungen kommen. Also wenn man's schafft, diese Viecher auszuschalten, ey. Dann sind die der wahre Luxus für, äh, die Erfahrung eurer Einheiten. Aber ihr müsst halt auch erstmal hinbekommen, ne? Wir haben jetzt hier in Formaledeiten Kampfpanzer. So leicht besiegen wir also die imperiale Armee hier nicht. Da müssen wir jetzt extrem aufpassen. Vor allem müssen wir jetzt gucken, dass unsere Einheiten hier wieder regenerieren. 18. Diese Einheit hier muss regenerieren. So, gehen wir wieder hier hin. Vorsichtig. Da waren ja noch andere Viecher. Ähm, vorrücken. Wir lassen die jetzt hier mal im wahrsten Sinne des Wortes links liegen. Gucken wir erstmal, dass wir uns hier um die blöde Fauna kümmern, die uns hier umbringen will. So, wieder eine Produktion auswählen. Was haben wir gemacht? Jetzt haben wir hier diese, diese, diese Felder hier komplett voll geslottet. Äh, machen jetzt hier auch neun pro Runde Einfluss. Was ich sehr, sehr gut finde. Äh, wir haben hier noch einen Slot frei. Wir haben hier noch einen Slot frei. Wir haben hier noch einen Slot frei. Äh, wir haben sogar noch komplette zwei Slots hier frei. Ähm, das ist der Generatorraum. Wir machen eigentlich immer noch genügend Energie. Ich möchte jetzt hier, wie gesagt, ich brauche mehr von diesem Einfluss. Ich will noch mehr von diesen Türmen bauen. Weshalb will ich hier halt noch mehr von diesem Assimilarium bauen. Und dann bauen wir halt das Assimilarium dahin. So, Einheiten kann ich nicht bauen. Beziehungsweise sind wir schon am bauen. Das ist komisch nicht. Zehn Millionen Fliegen des Todes. Ich wusste es. Ich wusste es. Die buffen sich jetzt hier irgendwie. Das ist irgendwas Gemeines, was die hier tun. Irgendwie so ein komischer Buff. Hier, Raumdrift. Mindestens 50% Unverwundbarkeit, Schadensreduktion. Predator! Der Predator ist ein schnelles und schlagfertiges Kampffahrzeug, das für den Orden der Space Marines wichtige Feuerunterstützung leistet. Die schweren Bolter und die Maschinenkanone des Kampfpanzers sind für Infanterie und leichte Fahrzeuge ein Fluch. Während die Laserkanone der Annihilator-Ausrüstung jede gepanzerte Einheit des Feindes in einen Haufen Schrott verwandeln können. Hm, 34 Lebenspunkte. Sehr, sehr nice. Hier jede Menge tolle Fähigkeiten, die wir uns später mal anschauen. Kapitel 2 Ketzerisches Geflüster Eine große Formation des Astra Militarum wurde in der Nähe geortet. Ach echt, hab ich gemerkt! Vermutlich kann sie aus einem sicheren Bunker. Der Chief Librarian teilte ihnen mit, dass bei ihnen Anzeichen einer Kontaminierung gemessen wurden, die so hoch ist, dass sie sich auf die Reklusiarenbrüder auswirkt. Aus diesem Grund müssen wir die Formation leider eliminieren. Bin schon dabei! Besiegen sie das feindliche Lager. Ja, mach ich doch schon! Ähm, Belohnung, Einigkeit des Ordens erhöht, äh, die Generierung von Loyalität durch die große Halle. So, und da sind jetzt hier diese blöden, kleinen, hässlichen Fliegen, die ich jetzt hier sehr, sehr liebend gerne... Moment, ich geh jetzt erstmal einen Schritt weg. Die haben zum Glück nicht angegriffen, aber die bekommen jetzt hier weniger Schaden. Deutlich weniger Schaden. Wobei es schon eine ganze Menge an Schaden ist, die sie geschafft haben. Feuer frei, Feuer frei, erstmal von allen Seiten. Äh, was bist denn du? Ein Scout Sentinel. Wo kommen die denn her? Fuck my life! Angriff! Oh Gott! Das sind ja Dinge mit denen, man hat ja kein Mensch gerechnet, ey. Attacke! Die sind viel gefährlicher als alles andere. Aufgrund ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit. So, die sind jetzt schon aufgewühlt, was gut für uns ist. Äh, ja, ich greife die natürlich direkt an. Boah! Tipp, Gegenstand beanspruchen. Ja, nee, ist klar. Äh, wir haben einen Gegenstand. Ähm, klicken Sie oben links im Fenster mit den unbeanspruchten Gegenständen auf einen Gegenstand, um ihn zu beanspruchen und Ihrem Helden zuzuweisen. Danach können Sie den Gegenstand, wann immer Sie möchten, einer... Also wie eine Fähigkeit einsetzen. Ja, hier. Das sind die Arm... Plast... Was? Arm... Armaplastarm-Schutz. Gott, was für ein Wort. Armaplastarm-Schutz. Passive Fähigkeit erhöht die Rüstung für diesen Helden. Der Librarian hat jetzt hier einen Gegenstand und hat dadurch jetzt hier einen Punkt Rüstung mehr. So, das hat unser Spiel gerade eben nur ganz, ganz kurz erklärt. Wir gehen hier... Achso, und ich kann ihn auch gleich mal aufleveln. Der hat nämlich gleich am Anfang eine Möglichkeit, eine Fähigkeit zu bekommen. Er kann zum Beispiel hier das Maledictum Mechanicum bekommen. Verbraucht Aktionspunkte, verbraucht Bewegungspunkte, Cooldown, Reichweite, zwei Hexer oder verflucht die Fernkampfwaffen der feindlichen Zieleinheit. Verursacht aus dem Schaden, falls es sich bei der Zieleinheit um ein Fahrzeug handelt. Minus 10 Trefferpunkte überhitzen. Also er verbraucht dabei anscheinend Lebenspunkte. Dann kann er hier die Schockwelle machen. Verbraucht Aktionspunkte, das macht Schaden. Hat keinen Panzerungsdurchschlag. Und dann hat er hier noch die Möglichkeit, levitieren zu machen. Fliegt über Hindernisse hinweg zum Ziel Hexfeld. Das finde ich ganz witzig, das nehmen wir doch gleich mal. Levitieren. Yeah! Ja, nur um es mal gezeigt zu haben. Dann hier kann er auch noch der Amorium Cherub machen. Erhöht die Genauigkeit für eine Runde. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal so einen Helden generiert. Deswegen haben wir auch jetzt das nächste Kapitel jetzt hier bekommen. Und ich kann jetzt hier keinen weiteren Helden bauen, wie ihr seht. Denn da fehlt es uns gerade eben einfach. Da kommt jetzt allerdings hier der Predator. Den bauen wir direkt danach. Und jetzt können wir wieder was forschen. Wie wäre es? Mit einem Dreadnought machen wir später. Landspeeder. Erstmal so nach und nach die ganzen Einheiten bauen. So, wir haben noch eine Einheit. Ach nee, warte. Ach, jetzt kann ich mit dem... Hä? Einheit überspringen. Was soll denn der Scheiß? So, jetzt kann ich mit denen hier noch was machen. Ich muss mich jetzt hier um sehr, sehr viele Gegner um... Also das hier ist jetzt das, was ich angreifen muss. Das ist meine Aufgabe. Aber ich sehe es auch auf meine Aufgabe an, hier gegen diese unglaublich gefährlichen und blöden Necken hier zu kämpfen. Denn wir sind die Space Marines. Es gibt nicht zu viele Gegner. Bis wir tot sind. Irgendwas kämpft hier auch, was wir nicht sehen. Und jetzt kommen die hier an. Oh, 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 oh. Ja, jetzt geht es hier richtig zur Sache. Ei, 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 ei. Gott, sind das viele. Wir haben überlebt. Nein, haben wir nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die müssen natürlich gleich so richtig übertriebene Einheiten haben, ne? Na gut, also ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich so stark sind, diese Dinge. Diese komischen Kampfläufer. So, jetzt... Was sind das hier? Das sind unsere Assault Marines. Ach so, ja, übrigens, wenn die was töten, dann machen sie natürlich gleich neue Viecher dieser Art. Deswegen wäre es ganz cool, wenn wir die jetzt hier einfach mal ausschalten könnten. Denn die sind super nervig und super gefährlich. Äh, Feuer frei. So, den haben wir auch weggeknallt, den Verein. Dann ziehe ich mich mal mit dem Trupp hier zurück. Denn ich will ihn nicht unbedingt verlieren. Dann greife ich hier an. Muss verhindern, dass die eine hohe Kampfkraft bekommen. Feuer. Das Problem ist nämlich, wenn der sich nämlich jetzt hier an diesen hier satt ist. Ach, hi! Das ist ein Tank Commander. Höhöhöhöhöhö. Wir brauchen dringend den Librarian. Aber sowas von. Ähm, welche Einheit überspringen? Keine Ahnung. Ich kann hier nur irgendeine Einheit nicht benutzen. Okay, Zug beenden. Also, wir haben es hier gerade in einem richtig harten Nahkampf, Leute. Oh, wei. Das ist jetzt eine Nummer für sich, was wir jetzt hier gerade immer nehmen. Wow, 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 maximale Eskalation hier. Diese blöden Taschenlampen-Heinis. Boah, jetzt hört doch auf mit dem Scheiß. Die ganze Zeit, die wir meine Einheiten angreifen. Alle gegen mich, finde ich gemein. Ähm, ich greife jetzt hier mit denen hier das da an. So, viel Schaden verursacht. 12,2, finde ich sehr gut. Ähm, wir müssen weiterhin diese blöden Insekten auslöschen. Wie gesagt, die fallen uns nämlich ansonsten ein bisschen. Und zwar nicht zu knapp. Feuer. Wir haben es geschafft, sehr gut. Das war eine sehr, sehr unglückliche Koinzidenz, die uns hier gerade eben getroffen hat. Ähm. Gehen wir da hin. Und öffnen das Feuer auf die da noch. Sind die immerhin weg. Gibt es nochmal ein paar Erfahrungspunkte. Vielleicht überstehen das unsere Einheiten dann. So, jetzt gehe ich da hin. Kann ich jetzt hier irgendeine Fähigkeit benutzen? Warte mal, ich habe nochmal einen weiteren Stufenaufstieg. Ich habe keine Ahnung, warum. Äh. Schockwelle. Ja, warum denn nicht? Feuer frei. Der Tankkommando ist auf jeden Fall weg. Ja, an den machen wir jetzt fast gar keinen Schaden, wie ihr seht, ne? Die haben Taschenlampen. Die sind Taschenlampen-resistent. Ähm. Stadt verlassen. Zug beenden. Hm. Oje, Mini. Wie lange hält das Ding noch durch? Man weiß es nicht. Ja, schon noch ein bisschen. Bin gespannt, ob wir diesen Kampf jetzt hier noch gewinnen können. Oh wei. Okay. Wird Zeit, jetzt hier mal ein bisschen Druck zu machen. Wie ihr seht, die haben hier eine gute Tarnung, an der Stelle, beziehungsweise Panzerung. Hier ist überall null. Das hier ist eine gute Stelle. Das hier auch. Feuer. So, und ich bleibe hier tatsächlich stehen und schieße einfach. Oder? Ja, ist gut. Diese Teile sind halt wirklich ein Problem. So, jetzt gehe ich mal hier ran und dann greife ich ihn an. Im Nahkampf. Hat den gebritzelt oder was? 7,6. Ja, der Librarian. Der wird's rocken. Äh. Ich gehe jetzt hier vorsichtig dahin. Es hat schon eine Level-4-Einheit, aber was soll ich machen? Dahin gehen und angreifen. Besiegt. Sehr gut. Noch mehr XP. Und hier schießen wir weiterhin noch die da. Warte mal, mach ich mal an denen mehr Schaden? Ja, an denen mach ich mehr Schaden. Was ich sehr gut finde. Okay, zu beenden. Aber das will ich noch schaffen, Leute. Wird halt mal eine längere Folge. Okay, seit ihr seht, die auch nicht löst. Okay, zum Glück teilen sie den Schaden weitgehend auf. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Was schießt der? Na toll. Aua, 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 aua. So, der darf jetzt hier nochmal den hier angreifen im Nahkampf. Viel Spaß dabei. Britzel. Der ist fast erledigt. Der dürfte den rausnehmen, wenn er das hier macht. Der nimmt den auch raus. Sehr gut. Geschafft. Ausgezeichnet. Dann öffnen wir das Feuer jetzt auf den da. Das macht ihm leider nicht so viel Schaden. Aber hoffentlich genug. Die Moral muss halt sinken. Und wenn die Moral unten ist, dann sind die ohnehin erledigt. Wenn ich diese Einheit auslösche, könnte es sein, dass die Moral noch weiter sinkt. So, die sind halt noch nicht aufgewühlt. Aber ihr seht, die Moral sinkt immer weiter. Ähm... Wenn ich da hingehe... Kann ich auch noch auf den schießen? Ja. 2,3. Die ziehen sich interessanterweise zurück. Yeah! Zwei Stück. Und nochmal ein Moppet. Jetzt ist dann endlich unser Predator-Tank gebaut. Ausgezeichnet. Wird ja auch mal Zeit. Nein, 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 nein. Oh, er überlebt es. Jetzt wird er auf ihn schießen und ihn töten. Wahnsinn, er lebt. Ich weiß es nicht. Flüstern. Nicht, dass er spielen mag, dass er tot sein müsste. So, der ist auch gleich erledigt. Gut, 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 gut. Jetzt kann ich mit dem ja noch den hier angreifen. Wumms. Er hat ihn nicht kaputt gemacht. Schade. Ähm... Ihr feuert jetzt auf die da. Ihr feuert jetzt auf den da. Der ist erledigt. Perfekt. Was gehen wir mit dem Trupp hier... Was ist denn, wenn ich da hingehe? Ich gehe mal ganz nah ran. Das dürfte eigentlich auch ziemlich böse für die Enden... Oh, das ist ja... Nacken ist noch besser. Der dürfte eigentlich nichts mehr machen. Vorrücken. Geschafft. Oh, da sind die Devastators. Die sehen schon ein bisschen anders aus, ne? Sehr gut. Ähm... Wo wir gerade eben dabei sind... Wir haben zu wenig Assault Squads. Die haben ein bisschen Federn gelassen. Okay, Jungs. Jetzt einfach hoffen, beten und Augen zu und durch. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. 0,1. Echt jetzt? Was? Was? Der hat geholfen? Egal. Äh, Kapitel 2. Ketzerische Geflüster. Die Formation wurde eliminiert und damit auch die Kontaminierung. Das Reklusiarm meldet, dass andere Orte in der Nähe lokalisiert werden konnten, an denen das Warpfeld gestört ist. Der Chief Librarian möchte sich dort umsehen, um mehr in Erfahrung zu bringen. Ziele. Betreten Sie da mit einer Librarian das hervorgehobene Hexfeld? 0 von 3. Belohnung verbotenes Wissen. Ja, das machen wir jetzt hier. Das ist das Erste. Der muss sich jetzt hier heilen. Der hat noch einen Lebenspunkt. In Wahrheit wahrscheinlich 0, irgendwas. Boah, aber der hat aber schon Level 5. Hey, das wäre so bitter gewesen, den zu verlieren. Dann gehen wir jetzt noch auf die hier drauf. Schränken die so ein bisschen in ihrem Tun und Handeln ein. Äh, dasselbe machen wir mit der Einheit hier, die ist auch noch einigermaßen fit. So, und die muss auch noch hier ein bisschen unterstützend tätig werden. So, haben wir diese Einheit auch noch ausgeschaltet, ausgezeichnet. Äh, was passiert, wenn ich diesen Kampfpanzer hier im Nahkampf angreife? Irgendwie relativ wenig Tank-Commander. Oder, was für ein fieser Typ. Ähm, den muss ich allerdings auch noch zurückschlagen, weil das Ding hier geht früher oder später sonst kaputt. Da muss ich hin. Okay, also wir sehen, wo wir als nächstes hin müssen, meine lieben Freunde. Ähm, ich, äh, werde jetzt hier versuchen, das Ding jetzt hier zu heilen. Hoffentlich geht's nicht kaputt. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Äh, wenn wir wieder eine normale 20-Minuten-Folge machen. Ähm, eine Sache noch. Äh, was brauche ich denn noch? Ich brauche irgendwas, was noch Energie produziert, denn ansonsten geht uns die Energie bald aus. Ja, komm, bauen wir hier noch eine energieproduzierende Zelle rein. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle, mach's gut, tschüssi und ade.